Hallo und willkommen zurück zu The Legend of Zelda L. Link to the Past ist nicht, nein, Link's Awakening. Ach, ich bin noch total im Link to the Past Feeling. Wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt schon vier Rubine mehr. Ich hatte ein bisschen, ja, was geguckt und bin dann auszusehen hier hin und dann war hier eine Eule und diese Eule hatte dann gesagt, oh, denk dann, du musst noch in den Sumpfpalast. Ja, mach ich. Habe ich dann mehr so gedacht, ne? Deswegen also nicht wundern. So, gut, ähm. Tamarchen, Schleim, Sumpf. Dann gehen wir mal hier hin. Hier kommen wir leider noch nicht lang. Ja, und wir brauchen dieses liebe, nette Ding hier noch. Wir sollen nämlich, glaube ich... Also erstmal bringen wir den jetzt zurück zu seiner Besitzerin. Und wir haben natürlich wieder eine Götter am Horn. Ach, ich mag die Melodie gar nicht. Ja. Gut. Ne, wie gesagt, also, ähm... Ich hab halt jetzt vier Rubine mehr. Ich denk mal, aber das sollte nicht stören. Das war, wie gesagt, ein kleiner Fehler, wo es dann halt mal, ja... Passiert ist das dann... Ne? Genau. Seht ihr auch so, ne? Gut, und während wir jetzt mehr mit Struppi, beziehungsweise diesen tollen Kettenhund spazieren gehen... Und zum Beispiel immer noch nicht wissen, wo wir diese... Banane... Also die Dose haben wir ja schon abgegeben, ne? Die Banane hinbringen können. Ich suche eigentlich dafür, glaube ich, einen Affen oder so. Ein Affe wäre eigentlich ganz passend für Bananen. Aber den letzten Affen, den wir ja gesehen hatten, der war ja irgendwie... Ja. Viel am Platz. So, dann gehen wir hier mal rein. Oh. Danke, danke. Du hast mir den kleinen Struppi zurückgebracht. Aber könntest du mit ihm kurz Gassi gehen? Ich bin gerade etwas unpässlich. Du machst es? Oh, vielen Dank. Alles super. Toll, jetzt haben wir noch diesen tollen Struppi am Hals. Jetzt gehen wir mal ein bisschen Gassi mit ihm. Äh, ich kann mich noch erinnern, dass man den nämlich für etwas Spezielles braucht. Und deswegen nehmen wir Struppi jetzt mit. Ich glaube nämlich, ohne Struppi kommt man nicht in den nächsten Dungeon. Und deswegen... Gehen wir jetzt mit Struppi ein bisschen Gassi. Ja, und was mir natürlich noch fehlt, ist die Schaufel. Aber leider... ...hab ich die Schaufel noch nicht mehr kaufen können. Die kostet nämlich 200 Rubine. Und ja, die habe ich mal nicht eben so locker. So, was haben wir denn hier? Schleimsumpf, Zauberwald und was bist du? Hallo. Mein Name ist Dr. Wright. Tja, seit Wochen schreibe ich nun Liebesbriefe an Christine. Aber bis heute habe ich keine Antwort bekommen. Jo. Da haben wir dann Dr. Wright. Und wenn ich mich recht entsinne, ist Dr. Wright... ...von SimCity. Und ich bin auch am überlegen, ob ich mal SimCity für euch als Let's Play mache. Es würde zwar ein bisschen, ich sag mal, auf Dauer langweilig, aber vielleicht mal so zum Reinschnuppern oder so, wäre das doch bestimmt eine interessante Sache, ja? Schreibt mir dazu mal eure Meinung in den Kommentaren, ob ihr gerne ein Let's Play zu SimCity sehen wollen würdet. Meinetwegen kann es auch SimCity 2000 sein oder ein anderes SimCity. Ihr müsst es einfach nur in die Kommentare schreiben. Und dann werde ich mich natürlich dementsprechend bemühen. Musik wird Gott dich zum Ei geleiten. Okay, also Musik wird mich leiten. Boah, komm. Der war nicht fair. Aber wir haben unser Herz wieder. Und hier haben wir eine Telefonzelle. Tüt, tüt. Ja, hier, Ulriera. Frag mich alles, was die Insel betrifft. Ruf mich an, wenn du mal nicht weiter weißt. Tschüss. Tüt, tüt. Hm, toll. Ich hab ihn doch angerufen. Naja, egal. Oh. Wie komm ich denn an denen vorbei? Ah. Hallöchen. Mach den kaputt, Gott. Danke. Wow. Das war krass. 50 Rubinen. Damit sind wir bei 180. 180 Rubinen. glatte 180 Rubine. Und hier sind wir, glaube ich, dann schon mal im Sumpfpalast. Wenn Struppi jetzt... Ah, toll. Ich wurde natürlich erwischt. Kommst du mit, Struppi? Level 2. Gin Grotte. Zu schwer mit bloßen Händen wirst du das nicht hochheben können. Also, ich hab schon die Vermutung, was wir hier bekommen werden. Ah, ich glaube, die meisten von euch können sich auch schon lenken. Und zwar bekommen wir... ...die Handschuhe. So, jetzt haben wir folgendes Problem. Wir müssen gucken, müssen wir links, rechts oder nach unten hier. Wir gehen hier erstmal nach rechts und versuchen erstmal, ohne Schlüssel weiterzukommen. Gut. Woran hat mich dieser Maskenmann jetzt erinnert? Hm. Gut, hier dürfen wir springen. Das heißt... Ah. Wunderbar. Aber wir gehen weiter nach oben. Das heißt, um hier nach oben zu kommen, machen wir mal so. Und so. Hahaha. Die sind doch sehr ähnlich wie... Komm ich da ran? Gut. Gut, gut. Also, dann müssen wir wieder zurück. Dann machen wir das auch mal. Und holen uns hier den Schlüssel. Und kommen wieder zurück. Weil ich will bisher noch keine Tür öffnen... ...ohne irgendeinen sachlichen Hintergrund, sag ich jetzt mal. Okay, hier brauchen wir dann das Schild. Na. Nicht mit mir. Und dann gehen wir hier durch die Tür. Oh, 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 oh. Ja. Ich weiß. Und hier heißt es jetzt... ...reinschieben. Dafür stehen nämlich wahrscheinlich diese Symbole. Und dann kommt man hier... Okay, hier brauchen wir dann die Feder. Weil wir dann hier wieder in diese Jump-and-Run-Szene kommen. Ich muss sagen, die vermisse ich so ein bisschen auch in den ganzen anderen Zelda-Teilen. Sie wurde zwar später eingefügt, aber ich meine halt in diesen 2D-Zelda-Teilen, ne? Also, die Ansicht von oben. Das war immer... ...muss ich sagen... ...angenehm. Hm. Wow. Gehen wir einfach mal durch. Oh, servus. Wow. Wow, 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 wow. Das ist ja ganz schön knapp, Leute. Ganz schön. Ähm, aber irgendwie fehlt uns hier doch was. Gehen wir jetzt mal hier weiter? Ach, da war eine Fledermaus. Die habe ich gar nicht gesehen. Und wir haben die Karte bekommen. Ich kann einen Blick auf die Karte werfen. Äh, da unten ist ein Geheimgang. Wir haben immer noch keine Bomben, fällt mir gerade mal so auf, ne? So, das lassen wir aber erstmal in Ruhe da oben, weil... ...wenn ich richtig... Genau, wir haben 20 Stück und 20 heißt, dass es voll ist. Also brauchen wir da nichts machen. Wow. Ähm... ...ah, Mann. Ah, Mann. Ha. Da haben wir die Geister doch noch erwischt. Und was bekommen wir? Super! Du hast das Kraftarmband gefunden. Damit kannst du Steine und Vasen heben. Muss ich das jetzt... Oh, das muss man extra anlegen. Ist doch jetzt echt ein Witz, oder? Nun gut. Und wir sind wieder im typischen Zelda, wo man Sachen hochleben kann. Hippi! Es ist zwar nicht ganz so typisch Zelda, weil wir hier so viele noch andere Sachen machen müssen, aber... Und tschüss, liebe Fledermäuschen. Okay, hier müssen wir jetzt wieder rüberspringen. Ähm, ja. Man muss es auch auswählen. Also, klar, es ist ein Gameboy-Spiel, aber... Das hätte ja nicht unbedingt so enden müssen, ne? Gut, dann gehen wir jetzt erstmal zurück in diesen tollen Teleporter, womit wir zum Anfang des Levels kommen. Ja. Und am Anfang des Levels können wir jetzt hier... ...nochmal 50 Rubine abstorben. Das ist doch... Und jetzt machen wir hier ein bisschen die Einrichtung kaputt. Ich hoffe, das waren alles keine Ming-Vasen, weil ansonsten gibt es wahrscheinlich böse Ärger. So, dann gehen wir jetzt hier mal links lang. Boah, hättet ihr wohl gerne, hä? Hättet ihr wohl gerne. Boah, und du hast noch einen Teil der Macht erhalten. Na, wenn... Das nicht. Ah, Schnabel. Gut, der Schnabel hilft uns dann natürlich, so wie in den anderen Teilen Sahasralla. Wer sich noch an Sahasralla erinnern kann. Das war der alte Kauz, der uns dann... ...immer in patschigen Situationen geholfen hat. Ich möchte jetzt gerne wissen, behalte ich die Schlüssel? Ich glaube fast nicht. Deswegen holen wir uns dann doch mal... ...ganz kurz hier unten, wovon ich ausgehe. ...kompass. Wie krieg ich denn den jetzt? Ha, so. Ja, 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 ja. Und der Kompass. Der hat uns noch gefehlt. Gut. Gut, jetzt habe ich eigentlich alle Schlüssel verwendet. Aber ich möchte natürlich noch wissen, was hier drunter ist. Oder da hinten? Ah, seht ihr? Da drunter ist Bares. Nur Bares ist Bares. Dann kommen wir jetzt hier wieder zurück. Ich könnte jetzt hier nochmal alle hochheben, aber das erspare ich euch jetzt. Wir wollen ja auch gegen den Endboss antreten. Ah, typisch Zelda. Wir werfen einfach mal was auf die... Oh. Ja, typisch Zelda. Wir werfen was auf den Gegner und werden selber getroffen. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Wenn ich da die Treppe hochgehe, wo komme ich da raus? Denn da ist noch eine Truhe. Das heißt, dann nehme ich... doch hier den Weg. Und werde mich hier mal durchschlagen. Ob ich die Macht auch beim Boss einsetzen kann? Das war ja jetzt sehr simpel. Was passiert, wenn ich jetzt hier lang gehe? Okay, also hier muss ich dann hier rüber. Gut, hier gibt es nichts Interessantes zu sehen. Jetzt wieder die Frage. Gehen wir nach unten? Ja, unten gibt es eine Truhe. Komm, gehen wir nach unten. Ja, war klar. Oh, und hier gibt es wieder... Häschen! Oh, das gibt es doch nicht. Komm, Häschen. Nee, ne? Komm, Häschen werfen. Äh. Hier soll es doch eine Truhe geben. Oder ist das hier dann eine Truhe? Das kann ich ange... Ah, das kann sein, dass auch hier die Truhe ist. Okay. Gut, gehen wir hier hoch. Interessant finde ich auch, dass man hier so... Moment, da muss doch irgendwo ein Haken sein. Hä? Warum? Ah ja, nee, ist klar. Aber wo ist jetzt hier die Truhe? Wie ist das Rätsel's Lösung? Kann man hier irgendwas verschieben? Nee. Ja, das ist klar. Aber wo ist hier die Truhe? Äh... Ja. Kann man hier nach außen verschieben? Äh... Gut, dann lassen wir halt die Truhe hier mal sein. Und gehen hier weiter. Das hat leider nur so lange funktioniert, solange man nicht getroffen wird. Ah, toll. Und hier ist dann der Weg wahrscheinlich zum Endboss. Ich hätte aber jetzt gerne doch nochmal... Wie heißt das so schön? Ja. Genau, eine Fee. Ein Herz oder eine Fee. Gut. Dann springen wir jetzt hier drauf. Schade, dass man diese Vasen nicht wie bei Zelda auch zerstören kann, also... Ach, nee, ne? So, er sagt... Du bist mir zu leicht. Also, nehmen wir dann die Vase mit. Und können dann hier hoch. Und dann sind wir auch schon beim... Boss dieses Dungeons. Äh... Stimmt, wir haben den großen Schlüssel gar nicht. Dann wird das der große Schlüssel sein. Aber wie kommt man da ran? Hm. Das ist jetzt wirklich eine gute Frage. Wie kommt man da an diesen Schlüssel ran? Der da unten sein muss. Aber wie? Muss man den Hasen vielleicht verzaubern? Kann ich mir jetzt eigentlich gar nicht vorstellen. Verzaubern wir mal den Hasen. Nee, verzaubern ist es auch nicht. Hm. Ich stehe gerade echt auf den Schlauch. Wo kommt man denn hier an den großen Schlüssel ran? Hm. 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 Ich will den nicht alle auf den Arm nehmen. Schieben wir mal das hier zusammen. Nee, geht auch nicht. Hm. Okay. Wir haben jetzt eigentlich schon fast jede Variante ausprobiert. Kann man die auch ziehen? Nee. Oder muss man nur das Häschen? Das wäre eigentlich total unfair, aber... Wundern würde es mich nicht. Die Reihenfolge. Die Reihenfolge ist wichtig, Leute. Erst das Häschen. Dann die Fledermaus. Und dann den bösen Typen. Da muss man erstmal hinterkommen. Also. Ganz im Ernst, wer kommt denn da hinter? Also Nintendo Respekt, weil sich sowas einfallen lässt. Wo bin ich? Und. Zonk. Gut, dann können wir jetzt zum Boss. Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Ich habe das nicht mit Absicht gemacht, aber... Das ist halt nun mal Trupel. Har, har, har. Willkommen zur Henkers Mahlzeit. Har, har, har. Hallö, lö. Ähm, warte mal. Ätschi, bätschi. Mit meiner Raser bin ich unverwundbar. Was zur Hölle muss ich machen? Ich kann mich nicht bewegen. Aber ich bin ein Verletz. Dieser mickrige. Schwer zerstört. Die Flasche nicht. Komm, ich werfe dich gegen die Wand. Ätschi, bätschi. Mit meiner Vase, wenn ich unverwunden brauche. Komm. Laber nicht. Kämpf. Ich laufe hin und her. Hey. Es sieht aus, als ob man nur vier Kugeln hätte, aber dabei hat er massig mehr. Oh. Du hast meine Vase zerstört. Das wirst du bereuen, du. Äh. Oh, ich habe ja immer noch das. Superschwer hat sich gerade mit der Macht. Was für ein Zufall. Hey. Und damit haben wir es mal wieder geschafft, die Welt ein bisschen schöner zu machen. Beziehungsweise die Welt ein bisschen vor dem Bösen zu befallen. Du hast das Tritonshorn erhalten. Und damit haben wir den nächsten Dungeon abgeschlossen und sind ein weiteres Schritt, ein Schritt weiter die Insel Kokolin zu verlassen. Orunga-Steppe. Steppe schnell in die Steppe. Ja, und wie es dann im nächsten Part weitergeht, seht ihr auch im nächsten Part. Ich bin euer Tro, wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Channel. Tschö, tschö.